Ja genau, aber theoretisch dürft ihr ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine kugelsichere Weste anhast, dürftest du bei einem Körpertreffer nicht sterben. Ja, nicht bluten. Tust du ja jetzt teilweise, ich glaube bei den TTS-Ko-Check-It schon nicht mehr. Oha. Also, wie klar, wenn du direkt vor ihm stehst und er gibt dir halt 10 Schuss in die Brust, wirst du wahrscheinlich tot sein, aber... So einen Schuss auf, keine Ahnung, 3, 4, 500 Meter Meter mit der Mosin vielleicht, weiß nicht. Naja, also ich würde eher sagen, ich meine M4, also die ganzen ballistischen Westen wurden ja dafür ausgelegt, dass sie solche Kugeln abhalten können, auch aus direkter Entfernung. Kevlar. Ja. Das ist ja keine Kevlar-Weste. Also das, was wir im Moment so anhaben. Also es fehlen ja noch die kugelsicheren Westen sozusagen. Ja, die gibt es noch nicht. Ich bin jetzt im ersten Hangar. Jo. Hast du was gesehen, wo du über das Airfick geguckt hast? Hast du überhaupt über das Airfick geguckt? Ja, ich habe drüber geguckt, habe aber nichts gesehen. Ich gucke nochmal. Ja, also ich bin jetzt gleich am Tower. Da steht noch ein Zombie beim Roten Haus hinten. Ja, auf der Seite war ich ja nicht. Und ansonsten sehe ich jetzt erstmal nix. Was haben wir denn hier? Ich habe nochmal RV, RGS Optics, aber badly damaged. Das ist auch nix für dich. Hier sind nochmal Schuhe. Was hast denn du bei dir auf der M4 drauf? Oh, noch gar nix. Aber die könnte ich dann selber nehmen. Ich bin so dumm. Weil meine sind nämlich auch badly damaged. Das sind die gleichen, wo du jetzt hast. Und die gehen eigentlich badly damaged sogar. Ja, ja, klar. Also Red Dot ist badly damaged noch gut zu benutzen. Ja, das geht hier auf jeden Fall auch noch. Das hat noch einigermaßen Sicht. Ja, ich habe ja die gleichen, diese R1 RDS Optics. Ja, ich muss schießen. Ich habe keinen Schuss gehört. Okay, gut. Ich bin jetzt im zweiten Hangar. Ich bin in der Fire Station. Oh, hier liegt ein 60er Mac. Geil. Was haben wir hier? Bitte ein Magazin. Mist, nur ein 20er. Ey, du kriegst Besuch von einem Zombie. Der läuft gerade in deine Richtung. Ja, soll er ruhig kommen. Ich würde mal interessieren, wie das jetzt ist mit dem Walkie-Talkie. Vielleicht hast du dann Global-Chat. Das wäre geil. Das wäre echt fett. Das sollten sie einführen. Ja, das sollten sie echt einführen, weil dann würde ich auch echt mit dem Walkie-Talkie rumlaufen. Brauchst du eine Wasserflasche oder hast du schon eine? Nee, habe ich schon. Ich habe eine Kantine. Wir liegen da auch ein paar Kantins nach oben, falls du noch keine hast. Ja, ich habe jetzt zwei Wasserflaschen. Eine mit 33% pristine und eine mit 100% pristine. Oh, ich nicht. Eine reicht. Oh ja, ich schieße nochmal übrigens jetzt gleich. So, ich laufe in den AC Tower. Oh shit. Waffe leer. Darum war das Reload-Zeichen da. Ja, es kommt gleich nochmal ein Zombie ab. Siehst du mich? Ja. Alter, du warst fast hinter dem Zombie, wo ich abgedrückt habe. Ich habe keinen Schlag gehört. Aber du hast den in den Zombie gehittert. Ja. Oh, hier dürfte ein Pistolenmagazin sein. Ups. Und zwar für die FNX. Das behalte ich jetzt mal. Ja, du kannst auch eine FNX mitnehmen. Hier liegt doch irgendwo eine. Ja, sehr gut. Dann nehme ich die FNX. Die 9mm soll relativ laut sein im Vergleich. Ich weiß aber nicht mehr, wo die lag, die FNX. Ja, ist egal. Die finde ich schon. Irgendwo in dem Gefängnis, glaube ich. Das haben wir hier. Badly damaged. Und ich habe immer noch meine Athletic Shoes. Ja, alter, die Zombies, wie sie durch die Wände wieder baggen. Das haben sie weggekriegt und jetzt ist sie wieder drinnen. Ja, das ist so behindert. Die laufen jetzt aber durch fast alles durch. Ja, ja. Achtung, ich schieße. Wenn sie manchmal im Gefängnis sind, sind sie unten im Boden drin. Ja, das stimmt. Es kommen gleich noch ein paar Zombies zu mir. Was haben wir hier? Hier liegt eine. Brauchst du 22er 50 Rounds? Hier ist eine SKS. Nein, brauche ich nicht. SKS was? Ja, das sind 50 Schuss. Das ist so geil. Eine SKS liegt hier. Ja, die brauche ich nicht. Ja, ich auch nicht. Also ich bin im zweiten Hangar jetzt gleich. Ja gut, ich bin jetzt in irgendeinem weiter hinten. Da liegt noch was. Ich glaube ein Flashlight. Ja, ein Flashlight lag hier auch gerade. Ne, ein 10 Rounds 22 Mag. Das brauchst du, glaube ich. Ja, es ist... Alter, da kommen zwei Zombies. Ich komme auch zu dir rein. Ja, ich kann nicht schießen. Ich komme von. Achso, du hast die Axt schon draußen. Sorry. Warte, ich leg's dir mal hier hin. Das müsstest du, glaube ich, brauchen. Vielleicht... Ne, das ist das für die Sporter. Kann ich nicht benutzen. Ja, dann lass ich's hier. Ja, da kommt jetzt nichts mehr in den Hangar. Ich... Äh, ich mach ihn schon. Der Sprungangriff bringt's noch gar nicht. Ja. Lol, direkt vor uns ist ein Zombie gespawnt. Ja, die spawnen ja jetzt neu. Alter, ist das krass. Der ist vorhin auch schon da gewesen. Ja, genau. Der spawnt da sofort immer wieder. Mach dir mal Putt-Putt. Ja, ja. Ich hab grad die Axt rausgeholt. Wenn er tot ist, kann ich dir mal die, ähm... TTS-Ko-Jacket gehen. Jo. Was hat man denn hier schönes? Hast du's schon geemptied? Was? Nein, ich hab genügend. Okay, dann nehm ich mir. Also, ich leg's dir hier hin, gell? Jo, merci. Und was wolltest du noch? Ähm... Das Long Range könnte ich dir gleich abnehmen. Ja, ich leg's dir gleich in die TTS-Ko-Jacket rein, oder? Ja, hau rein. Warte. Achso, na gut, hast schon so einen platziert. Sehr schön. Kompensator auch? Ähm... Ja, hau mal auch her. Warte. Du mit deinen Boxen immer. Ja. Du weißt ganz genau, was wir hier sind. Ja, meine Boxception war auch geil. Ach, du hättest doch so ein Tactical Shirt. Ja. Die gibt's jetzt auch in schwarz, voll geil. Ja, das war das einzig Sinnvolle, was ich gefunden hab, was so nicht ansatzweise kaputt war. Ja, ich hatte letztens... Wir können da unten die Baracke noch looten und das Gefängnis... In dem Gefängnis irgendwo liegt ne Christine-Firefighter-Axt. Ich hab's nur nicht mitgenommen, weil meine... Weil sie mich grün angemalt ist. Wo es liegt die... Wo liegt das gleich los? Ähm... Warte kurz. Da. Hier. Oh, Pistol, jetzt ist meine... Weißt du, wie ich die Sachen immer seh, die Kleinen? Ja, einfach ein bisschen weiter weg gehen und rechts... Ich stell mich, ja, ich stell mich hier ins Eck und guck einmal hier so durch den Hangar durch. Ja, so mach ich's auch immer. Ich hab's ja vorhin noch gesehen, aber ich hab irgendwie Weapon-Flashlight gelesen. Ja, das lag hinten bei der SKS. Ja, in der Firestation ist nicht so gutes Zeug gewesen, glaub ich. Ja, gar, ich schau trotzdem mal durch. Ich hab ja schon wieder gemerkt, wie viel du übersiehst. Hier wäre SKS-Munition. Ja. Ja, wir beide ja eine SKS-Munition. Oh, da ist dieser geile Hut, Mann. Ich will den anziehen. Ich hab Handcuffs. Ich hab Handcuffs. Ach, den Hut hast du gemeint. Der ist voll schwul. Den hab ich schon die ganze Zeit gefunden. Ich hab Handcuffs, Alter. Schlüssel brauchen wir. Alter, gib dir mal. Wie geil der aussieht, Mann. Hier ist schon mal eine Firefighter-Axt. Ich behalte den, ey. Der Hut ist ja mal mega geil. Guck dir das mal an, wie geil das ist. Der schaut so Dings-mäßig aus, so Beobachtermäßig. Special Ops. Nee, Special Ops sicher nicht. Deine Mutter, ey. Nee, den Hut viel geiler. Du schaust aus wie so ein Ranger. Firefighter-Axt nehmen. Ich schau trotzdem mal hoch. Du übersiehst ja gern mal Sachen. Ja, da steht einer. Zum Beispiel Handschuhe. Handschuhe, uh. Chastin und die sind born. Ja, ich schau gleich mal ins Gefängnis. Also ganz hoch müssen wir jetzt nicht laufen, ey. So gut der Loot war da nicht mehr. Sonst hätte ich es ja mitgenommen. TT-SKO-Check-It oder so habe ich ja mitgenommen. Hier ist 762 ist, ähm, hier der Mosin. Das nehme ich mal mit. Ja, aber ich gehe noch auf dem Tower ganz hoch. Da warst du ja nicht. Ja, weiß ich nicht, aber da gehe ich auch ungern drauf. Nur weil ich das letzte Mal... Hast du dir die Folge angeguckt? Wo du mich oben erschossen wurdest? Nee, ich wurde nicht erschossen. Ich bin einfach kurz bevor ich oben war, bin ich einfach runtergekippt. Auf dem Airfield Tower, äh, auf dem Dings Tower. Ja, habe ich gesehen, aber ohne Scheiß. Beim Rausbuggen. Nein, das war, wo ich schon fast ganz oben war. Musst du dir nochmal angucken. Ja, ich habe es mir angeschaut. Du bist dann einfach nur runtergerutscht. Ja. Ohne, dass ich irgendwas gemacht habe. Das war schon ein bisschen scheiße. Was habe ich gemacht? Geback geused. Ja, ich bin halt rausgepackt. Danach haben wir uns direkt dann unterhalten so, ja, ähm, ja, man könnte ja theoretisch auch durchs Fenster steigen. Hier ist übrigens eine Firefighter-Axt in Pristine. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin in... Ah, und hier wäre ein Magazin für deine Pistole. Ich gehe jetzt mal in Tower rüber. Ja, du könntest auch das Magazin für deine Pistole mitnehmen. Ich habe noch keine Munition dafür. Ist da Munition drin? Ja, da ist 15 drin, ja. 15 Schuss. Dann komme ich gleich. Und wieder was zu essen. Hey, ich habe eine 1911, wie geil. Ja, da liegt auch irgendwo ein Mac rum. In den 1911 passt übrigens auch, ähm... 45, ich weiß schon. Genau. Aber da findest du nicht so viele Magazine. Ich habe da erst ein einziges Magazin gefunden für die Waffe. YOLO. Und FNX findest du so übertrieben viele. Oh, hier ist ein Can-Opener und zwar in Pristine. Und meiner ist nämlich badly damaged. Oh, hart. So. Ja, ich schaue mal noch kurz durch die Baracke durch und dann drehen wir um. Jo. Und hier noch die Firefighter-Axt und... Die ist in... ...das Magazin. Gefängnis. Das ist auch in der Firestage... Äh, Gefängnis. Okay. 30er Magazin hast du übersehen? Habe ich nicht übersehen. Ich habe nur ein paar 60er. Achso. Drei 60er. Und dann noch... ...Munition auch noch genügend. Das sollte reichen. So, ja, dann gehe ich jetzt noch kurz ins Gefängnis, würde ich sagen. Einmal quer, was er fehlt. YOLO, Bitches. Ach, du gehst jetzt auf die andere Seite. Jo. Ja, ich dachte eigentlich, das Gefängnis hier... Achso, ja, nee, da gehe ich jetzt hin. Achso. Na gut, dann passt's ja. Dann laufe ich jetzt quer, was er fehlt. So ist gut. So ist lässig. Nee, das machen wir lieber nach als zu zweit. Ja, dann mit mir bei. Dann können wir auch beide wieder gleichzeitig anfangen, das ist doch gut. Nee, ich lege mich jetzt erstmal hier nirgends so einen scheißen Dastfeer und dann gehe ich eine Runde pissen. Ich dachte schon, sagst du jetzt eine Runde kacken. Nein. Nein, ich gehe doch nicht kappen. Ich vergiss dein... Dein Wifi-Mikro nicht auszumachen. Wenn ich ein Z-Däger. Ja. So, aber bis gleich. LOL. Okay, ist wieder weg. Oh, die sehen gut aus. Pristine Boots. Äh, die viel brauchen wir natürlich nicht. Aber was zu essen. Essen ist immer gut. Wieso habe ich eigentlich so eine Kack-Mütze dabei? Was haben wir hier noch? Das können wir sonst alles gebrauchen. Revolver haben wir hier. Nochmal so einen Hut, aber der ist uncool. So, unten lag doch hier auch noch irgendwo was. 30 von 30. Ja, wir haben genug. Empty. 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 Was haben wir hier? Pristine, pristine. Pristine. Das machen wir auch noch auf empty. Und dann lade ich das hier noch und kombiniere die auch noch. Welcome back. Dann trinke ich noch eine Bottle of Water und werfe die danach auch weg. Ach, du redest schon wieder mit dir selbst. Tut er gar nichts. Wo bist du denn? Ähm, im Gefängnis gerade. Okay. Dann werfe ich jetzt das hier auch noch weg. Und habe dadurch wieder etwas mehr Platz. Achso. Oh, hier ist ein Magazin für die 1911. Und hier liegt Munition für die M4. Zeig mir bitte nicht, dass ich sie übersehen habe. Doch. Die hast du übersehen. Oh nein. So, ja, ich würde sagen, dann werfe ich jetzt hier meine Dinge weg. Soll ich dir was Geiles zeigen? Was? Ach, die FNX wirfst du weg. Ja, ne, nicht die FNX. Ich werfe die, ähm, wie heißt sie denn? Warte. CR-75 werfe ich weg. Ja, da liegt auch ein Mac drin rum. Ja, egal. Braucht man nicht. Ja, nimm lieber die 1911 mit. Ja. Ja, für die habe ich auch schon Munition. 1911. Kommst du hierher? Ja, ich bin das. Ich will dir was Geiles zeigen. Wo bist du? Sicher? Ja, ich bin jetzt. Die Treppe geht gerade hoch. Okay. Wo bist du? Ich bin dann der Feierfalter-Axt. Nimm die hier mal mit. Achso, die habe ich schon. Jetzt schau mal. Schau mal. Warte, ich schieße. Nicht erschrecken. Lol. Hast du die Waffe gehört? Nicht, gell? Doch. Hier ist auch noch, hier ist für die CR-75 ist das Magazin. Ja, genau. Das habe ich gemeint von vorhin. Aber du hast den Schuss von der Waffe nicht gehört. Doch. So ganz, also ich habe nur so. Ja, genau. Das ist das Geile und deswegen will ich unbedingt das Mac für die finden. Ja, dann hast du jetzt hier eine Aufgabe, würde ich sagen. Ja, das ist meine große Aufgabe. Brauchst du ein Weapon-Flashlight für deine M4? Nein. Hast du schon? Kann ich nicht hinmachen. Ja, mir fehlt der Guard auch noch. 1911 habe ich jetzt dabei. Warte, du musst, du musst die Waffe, ich muss aus dem Fenster rausschießen, dass du es hörst. Nee, da hörst du, glaube ich, Glassplittern. Okay, ich habe doch den Schuss gehört. Die macht so, und dann so, aber ganz leise. Ja, aber voll leise. Das ist so geil. Hier im Vergleich zu jeder anderen Waffe. Ja, das stimmt. Deswegen will ich die unbedingt als Zweidwaffe dabei haben. Ja, ich gehe mal noch kurz in die Baracke. Ja, da ist nichts. Egal. Ich meine, guck mal. Wobei, ich bin nicht gekrochen. Also, ich habe nicht drunter geschaut. Guck mal, wie viel ich jetzt noch gefunden habe in den ganzen einzelnen Sachen. Achso, ja, aber das ist, weil du halt nur nicht so vollgequiffst bist. Eben, deswegen sollte ich hier schon noch durchgucken. Oh, geilen Bauarbeiterhelm in rot. Geil. Okay, den habe ich übersehen. Das gibst du sogar zu. Ja. Nein, da bin ich vorhin durchgelaufen. Hat mich reingelegt. So, dann gehen wir noch mal noch kurz in die Fire Station. In die Baracke natürlich. Du slidest über den Boden. Ja, hier liegt eine Bandage. Oh ja, sehr gut. Siehst du, kann ich schon wieder gebrauchen. Hast du schon den Hunting Backpack eigentlich mitgenommen? Nee, will ich nicht. Ich benutze wieder den großen, da habe ich mehr Platz. Sonst hätte ich jetzt schon keinen Platz mehr. Fünf. Wegen fünf Slots. Wimmst du lieber den mit der, wo schlechter von der Farbe her ist? Was? Fünf Slots? Das sind noch... Ja, scheißegal. Fünf Stück. Da kannst du... Keine Ahnung. Guck mal runter. Eine Pistol und ein Magazin mehr für die Pistol. Ja, siehste. Wo? Naja, ich gleich das durch meine zwei Protector Cases schon wieder ausfasst. Außerdem liegt hier 45 ACP Munition. Ja, und? Davon habe ich ja auch schon genügend. Ich nett. Ich habe fünf volle Max. Ja, ich nicht. Also. Oh, ich bin thirsty. Trink mal kurz mal was. Hier liegt übrigens auch nochmal 25. Achso, für den Revolver. Boah, kein Ding. So, die Flasche werfe ich jetzt dann eh weg. Die ist nämlich... Ach, ne, scheiße, das ist die volle. Ich will aber die leere da drin haben. Drink. Ach, scheiße, der trinkt immer von der leeren. Äh, von der vollen. Egal, trink mal. Nochmal, da bist du leer. Wusstest du, dass du die umfüllen kannst? Echt? Ja. Cool. Ja, jetzt ist halt leer. Werf ich gleich mal weg. Jetzt soll die Kantinen mitnehmen sollen. Hier ist übrigens noch so ein... ...so ein Hut, wenn du den noch nicht in Pristine hast. Der, wo hier liegt, ist glaube ich in Pristine. Ähm, ich glaube, meiner ist in Pristine. Warte.